Welche Fragen es im Lateinischen gibt? Das ist eine gute Frage. Eine Wortfrage, um genau zu sein. Wie im Deutschen gibt es auch im Lateinischen verschiedene Arten von Fragen. Wir unterscheiden Wortfragen, Satzfragen und Doppelfragen. Zuerst eine Wortfrage. Quiz galos vikit. Lautet übersetzt. Wer hat die Gallier besiegt? Es handelt sich um eine Frage nach einem Wort. Hier Quiz. Wer. Satzfragen hingegen lassen sich mit Ja oder Nein beantworten. So wie in NONE GALLI PATRIAM DEFENDERUND Haben die Gallier ihre Heimat denn nicht verteidigt? Die Fragepartikel NONE, denn nicht, verwendet man, wenn die Antwort Ja, doch erwartet wird. Von einer Doppelfrage spricht man dann, wenn mehrere Alternativen zur Auswahl gestellt werden. Zum Beispiel Es gibt Signalwörter, die dir helfen zu unterscheiden, um welchen Fragetyp es sich handelt. Wortfragen beginnen im Lateinischen mit einem Fragepronomen. Oft mit dem Buchstaben Q, wie zum Beispiel Qui, Que, Quad, Quiz, Quit, Qualis, Quale, Quando, Quo oder Quomodo. Daneben gibt es aber auch Adverbien wie Kur, UBI oder UNDE. Satzfragen werden mit drei sogenannten Partikeln gebildet. Mit einem angehängten NE, mit NONE oder NUM. Je nach Partikel sind unterschiedliche Erwartungen an die Antwort gebunden. Das angehängte NE ist neutral. Die Antwort kann also Ja oder Nein sein. Auf eine Frage mit NONE wird die Antwort Ja erwartet. Und auf NUM die Antwort Nein. Alle hier aufgeführten Vokabeln solltest du auswendig lernen. Bei den bisherigen Beispielen handelt es sich um direkte Fragen. Das erkennst du daran, dass ein Fragezeichen am Satzende steht. Daneben gibt es auch indirekte Fragen. Sie werden zwar auch mit Fragewörtern eingeleitet, hängen jedoch von einem übergeordneten Satz ab und stehen ohne Fragezeichen. Unser Beispiel können wir in eine indirekte Frage umwandeln, indem wir einen Hauptsatz voranstellen. Zum Beispiel Der Lehrer fragt die Schüler. Auf Latein heißt das Magister ex discipulis querid. Wenn wir daran nun die Frage, wer die Gaia besiegt hat, anhängen möchten, benötigen wir im Lateinischen den Konjunktiv, also wiekerid. Das übersetzt du dann als Der Lehrer fragt die Schüler, wer die Gaia besiegt hat. Merke, die indirekte Frage steht im Lateinischen immer im Konjunktiv. In diesem Video hast du drei Fragetypen mit ihren jeweiligen Signalwörtern kennengelernt. Wortfragen, Satzfragen und Doppelfragen. Diese sind entweder direkt, also mit einem Fragezeichen versehen, oder sie hängen als indirekte Frage von einem übergeordneten Satz ab. Hi, ich hoffe das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf LearnAttack.de